Ich würde gerne was spenden, ich spende leider nichts, weil ich nicht weiß, ob hundertprozentig das da ankommt, wo es auch benötigt wird. Wenn ich spende, spende ich das ganze Jahr über und nicht nur zur Weihnachtszeit. Ich spende also weniger ins Ausland, mehr als nach Deutschland. Ich spende zur Hilfsorganisation, aber das mache ich sowieso, unabhängig von Weihnachten. Oh, gerade spende ich ehrlich gesagt nicht so viel, aber es liegt auch einfach daran, dass es bei mir gerade selbst ein bisschen knapp ist.